Vanessa und Caroline sind bei Sturm der Liebe zusammen glücklich. Jetzt wollen beide einen Heiratsantrag machen, wissen aber nichts von den Plänen der jeweils anderen. Während Vanessa mit Alfons die Überraschung vorbereitet, lässt sich Caroline von Michael helfen. Blöd nur, dass die beiden Anträge zur gleichen Zeit, aber an unterschiedlichen Orten stattfinden sollen. Dadurch kommt es bei dem verliebten Paar zur Zerreißprobe. Währenddessen rauft sich die Familie Schwarzbach für Elenis Geburtstag zusammen. Zu viert wollen sie einen schönen Tag verbringen. Dabei erzählt Eleni von ihren Plänen, die anderen Kinder von Christoph kennenlernen zu wollen. Das stößt Markus sauer auf und er lässt sich zu einer fiesen Bemerkung hinreißen. Was er sagt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15.10 Uhr in der ARD. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020